Hallo. Hi zusammen. Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blogspiele.de. Natürlich heute wieder mit dem Jogi und dem. Dan. Und es ist Zeit für eine neue Top-Liste. Genau. Ja, und zwar heute mit Partykrachern. Richtig, denn ja, Silvester steht vor der Tür. Also sehr bald vor der Tür. Je nachdem, wie ihr ein Weihnachtsfest pflegt, zu feiern, wäre es auch was für Weihnachten gewesen. Aber Weihnachten ist ja nun gerade vorbei. Also müssen wir es euch für Silvester schmackhaft machen. Genau, aber die eine oder andere Familie lässt ja Weihnachten auch krachen. Ich war schon bei dem einen oder anderen Weihnachtskonzert von den Toten Hosen. Ja, das auch. Wenn man das als Familie zählt, okay. Aber ja, irgendwie ist es ja auch als eine Großfamilie da. Okay, sehe ich ein. Stimmt. Aber Silvester ist ja eigentlich so tendenziell eher die Zeit, wo man nochmal auf eine Party geht oder sich mit mehreren Leuten trifft und das neue Jahr begrüßt bei ein, zwei Säktchen, Bierchen, Raclette, Fondues und was da so alles auf den Tisch kommt. Aber es kommen eben auch eine Menge Spiele auf den Tisch. Und da Silvester ja meist oft nicht nur mit zwei Leuten begangen wird, sondern auch sich einige zusammenfinden. Haben wir uns überlegt. Wir sagen euch mal, worauf wir Silvester oft so Bock haben und was wir auch schon Silvester gespielt haben und natürlich euch empfehlen würden für dieses Ereignis. Ja, fängst du an? Fange ich an? Dann fang du an, weil ich habe die ganze Zeit jetzt geredet. Okay. Dann fangen wir doch an mit Looping Louis aus dem Hause Hasbro. Oh, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, hm, was für ein Ding? Ne, das denkt euch glaube ich keiner hier. Jeder, der jemals auf einer Party gewesen ist. Also eigentlich ein totales Kinderspiel. Eigentlich nicht. Aber das Schöne ist, man kann ja Kinderspiele manchmal auch umfunktionieren und dieses lässt sich hervorragend umfunktionieren. Nämlich, was ein Hühner abgeschossen wurde von dem Flieger, von dem fliegenden Louis. Ja, allerdings. Und der muss dann leider seinen kurzen oder sein Bier oder was auch immer echsen. Ja, das ist richtig. Ich frage mich irgendwie immer, ob der Designer damals, der dieses Spiel erfunden hat, schon im Hinterkopf hatte, dass das ein super Sau-Spiel ist. Das ist einfach ein super Sau-Spiel. Oder habt ihr einfach nur gedacht, okay, das ist ein tolles Spiel für Kinder, weil man drückt ja da drauf. Und ich sage euch was, man kann richtig eine Technik entwickeln, was man genau drücken muss und wie fest man drücken muss, damit dieser komische Louis wirklich mit seinem Flieger auf diesem Ding landet. Das geht wirklich. Also wir haben dann Runden gehabt, da wurde das richtig ausgefeilt. Gut, ich sage mal so, wenn das alle können, trinken auch alle. Danach ist das mit dem Ausfallen auch immer so eine Sache. Ja, ausfallen kannst du dann immer. Ja, das ist richtig. Also ich frage mich das ernsthaft. Das Schöne ist, also eigentlich blöd vorzustellen, weil es nur für vier Spieler eigentlich ist. Das war so die mittelgroße Partie. Ich habe aber mittlerweile gesehen, es gibt bei Etsy Add-ons, die man bestellen kann, um das Ganze auf ein Acht-Personen-Spiel zu erweitern. Ach, der feiniger Bild. Dann kannst du halt diese Arme irgendwie so im Achteck anordnen. Es ist aber auch so geil, dann sitzen die Leute am Tisch, sind dann nur am Trinken und die ganze Zeit dieser Motor. Das ist so richtig geil. Und ich war vor kurzem noch auf dem Geburtstag, vierzester Geburtstag und stand auf dem Tisch, Looping. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das Kinderspiel. Es waren aber auch noch Kinder anwesend. Aber das, ja. Also dann gibt es auf jeden Fall diverse Eskalationen und diverse Spielvarianten, die wir jetzt hier nicht alle ausbreiten wollen. Wir sind ja ein seriöser Brettspielkanal. Was hast du denn für Varianten gespielt? Ach, keine Witzke. Also, keine Witzke, glaube ich. Ich habe es gesagt, es gibt Varianten. Komm, zum nächsten Spiel. Ich kenne das ja nur von Pokern, aber du kennst mit Looping Louie offensichtlich. Ich kenne so manches, aber man glaubt das gar nicht. Aber das ist, egal, was das ist. So, also, ja, wo war ich? Jetzt bin ich ein bisschen raus. Genau, also wir bleiben beim Thema Feiern und Bierchen und sowas. Und wenn ihr jetzt nicht so der Freund von Hühner mit Flugzeugen abschießt seid, dann ist vielleicht eher so das Brainstormen gefragt. Und da haben wir ein Klassiker, ein Klassiko quasi des Quizspiels für euch. Man hat euch jetzt wahrscheinlich gedacht, natürlich hier das Kneipenquiz. Das hat es ganz schön in sich. Hier steht es so mit drei Schwierigkeitsstufen. Ich kenne nur eine, sauschwer. Ehrlicherweise. Also man spielt hier kooperativ gegen das Spiel, also gegen mehrere virtuelle Gegner, die auf so einer Leiste hier voranlaufen. Und es werden da einem halt ernsthaft knackige Fragen gestellt. Also es ist ultra knüppelschwer, aber witzig. Es ist halt super witzig, weil man muss ja als Gemeinschaft versuchen, diese Antwort zu bekommen. Also jeder schmeißt dann so ein, das habe ich schon mal gehört und kann das sein? Das war irgendwie mal so. Und dann wird dann da rumgeraten und so weiter. Und ja, entweder man kommt drauf oder eben nicht. Und die Gegner kriegen halt irgendwie eben gefühlt immer Punkte. Nur man selber muss halt gucken, dass man irgendwie als Gruppe da voranschreit, damit man eben diese... Haben ihr schon mal gewonnen, tatsächlich? Ja, wir haben schon mal gewonnen, aber das ist eher die Seltenheit. Also wir haben es jetzt immer auf der mittleren Schwierigkeitsstufe gespielt und immer vor den Koffer gekriegt. Ja, also selbst auf leicht ist die... Also das ist von schwer bis sehr schwer bis ultra schwer oder so. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch noch Zusatzfragen, die man holen kann. Oder ich glaube Fußball, es gibt auch so Kinder... Ich weiß gar nicht, die Familievariante, da bin ich mir nicht ganz sicher. Erschienen auf jeden Fall bei... Bei, wie heißt es denn jetzt? Moses, Entschuldigung. Und ja, macht auf jeden Fall Bock. Kann man auch sehr schön bei zwei, drei Bierchen so nebenbei zocken eigentlich fast. Ja, das Ganze halt zu. Und ich habe es mit auf unsere Herren-Tagstour nach Texel genommen. Und da haben wir es gezockt. Also ganz witzig. Insofern, das geht halt irgendwie immer. Es hat ja auch kaum einen Aufbau. Aber es ist recht edel, finde ich. Weil das Spielbrett ist einfach... Warte. So, fertig aufgebaut. So aufgeklappt. Da hat man, wenn ihr das Spielbrett... Und dann schiebt man das hier auf. Wie man das von Moses, ehrlich gesagt, auch ein bisschen gewohnt ist. Schön mit Schuber und so weiter. Das ist schon ehrlich auch sehr wertig. Und macht einfach Laune. Und dieses Zusammenraten und so weiter ist schon echt eine geile Sache. Und man kann es... Ich weiß gar nicht, steht eine empfohlene Spieleranzahl drauf? Man kann es ja theoretisch mit, keine Ahnung, 16 Leuten oder so spielen, wenn man Bock drauf hat. Es geht sogar bis sechs Spiele. Drei bis sechs steht nur drauf. Also ich sag mal, gefühlt kannst du auch mit zwölf oder so zocken. Natürlich, total. Und ganz ehrlich, wenn die Frage so schwer ist, ob da sechs oder zwölf Sätze ist, ist auch egal. Also das ist auf jeden Fall echt ein cooles Ding. Macht einfach irgendwie immer Laune und irgendwie lernt man ja auch ein bisschen was dabei. Obwohl, wenn man Silvester richtig gefeiert hat, ist es glaube ich egal. Ich habe am Wort gelernt, weil das ist am nächsten Morgen hier weg. Na gut, lassen wir das. Bin ich schon wieder dran, ne? Sachen geht's. Ich habe schon wieder ein Kinderspiel rein. Ja Mensch, was ist denn da los? Nennen wir das Kinderspiel. Ich habe mal Ice Cool und Ice Cool 2 von Amigo mitgebracht. Das läuft doch. Ich habe es gerade noch gesehen und im Kopf gehabt und dann ist es mir entweder. Aber bei uns ist jetzt hier schon Silvester, ey. Vielleicht sollten wir noch einen Glühwein trinken, Jogi. Ich denke auch, ey. Ice Cool, man kann es hier hinten am Karton schön sehen. Man baut so eine Eisbahn auf mit verschiedenen Räumen, wo Fähnchen drüber hängen und dann muss man seinen Pinguin da durchschnipsen, auf kunstvoller Art und Weise, um die Fähnchen einzusammeln. Und auch das kann man wunderbar zu einem Trinkspiel rum funktionieren. Nicht, dass da die Pinguin durch den ganzen Raum fliegen und nicht nur in diesen Räumen da in diesem Spiel bleiben. Dass da nicht die falschen Flaschen getroffen werden irgendwie. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das noch nie gezockt irgendwie. Aber ich habe das jetzt auch selber nicht. War sogar ein neuer Kinderspiel des Jahres. Tatsächlich nicht. 2017 habe ich jetzt gerade mal so erlugt hier. Krass. Also habe ich ehrlich gesagt noch nie gezockt, aber kann ich mir auch lustig vorstellen. Ja, macht Spaß. Ist super witzig. Wie gesagt, das ist so ein Schnippspiel. Erinnert mich immer wieder so ein bisschen auch an, wie hieß denn dieses Rennspiel, wo du früher die Autos schnipsen musstest. Kennst du das noch? Es gibt so ein Formel-1-Rennspiel, da musst du die Autos um die Strecke schnipsen. Ja, nee. Das war auch immer super witzig. Ich glaube, das haben wir mal, das kam bei, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das habe ich schon vergessen, verdammt. Aber das kam bei unserem Podcast, bei Swamps übrigens, vor, weil wir die BGG-Listen durchgegangen sind. Und da gab es wirklich so ein Autos mit Schnipsen. Das habe ich nie von gehört. Ich fand das sah super sensationell cool aus. Echt? Das hast du noch nie gehört? Nee. Das hat ein Kumpel von mir, hat das, meine ich sogar. Das muss ich mal fragen. Ja, das würde ich wirklich mal fragen. Rüdi, schöne Grüße gehen raus. Ich muss ihn mal fragen, ob er das noch hat. Er hat es auf jeden Fall irgendwann mal begebracht. Und das Witzige ist, du kannst dich halt einfach auch aus der Kurve rausschnipsen und so. Ja, klar. Vielzahl von der Strecke. Super geil. Also Schnippspiele, okay. Na ja, gut, aber auf jeden Fall klingt das sehr witzig. Und nach zwei, drei, vier, fünf Bierchen. Groß Neues und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, alles cool. Amigo. Ein super cooles Teil. Ja, hoffen wir, war es denn das Wort. So, dann bin ich ja schon wieder dran. Und jetzt muss ich natürlich noch mal reinhalten. Da habe ich auch schon mal in so einem Community-Format, haben wir das schon mal vorgestellt. Ein solches Ding. Das ist übrigens eine echte Empfehlung. Da braucht es echt ganz wenig für. Von der Backus. Von Abacus-Spiele, ganz genau. Und da geht es einfach um Begriffe, Raten, die man sich quasi selber ausdenkt. Man kriegt halt so Karten, da steht so eine, ich meine ganz kurz nur, da steht so eine Beschreibung drauf. Zum Beispiel ist in den USA weiter verbreitet als bei uns. Das ist die Eigenschaft. Dann muss man an irgendwas denken und legt das einfach in die Mitte. Der Nächste legt dann eine Karte aus. Ist reich an Metall, aber ohne Blech. So, und der muss dann aber tatsächlich einen Gegenstand haben, auf den beides zutrifft. Und die Kette wird immer länger. Und man kann dann, statt was Neues zu legen, den fordert man auch anzweifeln und sagen, pass mal auf, jetzt erklärst du mir bitte, was für ein Gegenstand du bei diesen ganzen Begriffigkeiten noch denkst. Und da kommen die schrägsten Sachen raus. Das ist so geil. Man muss halt seine Karten loswerden natürlich. Und ich sage es euch, es ist so bescheuert. Wir werden natürlich mit höherem Flüssigkeitskonsum immer kreativer. Ja, ehrlicherweise kommt irgendwie, wir hatten schon Runden, wo am Ende immer der gleiche Teil rauskam. Ich sage es nur mal. Also, wie soll ich das sagen? Also, es war ganz komisch. Egal, was da stand, irgendwie konnte man es drauf runterbiegen. Also, das Plenum entscheidet dann übrigens, ob das dann auch, die Begriffe dann auch wirklich auf alles zutrifft. Und das ist dann manchmal auch eine sehr interessante Diskussion, warum denn genau das wirklich passt und so weiter. Es ist so lustig, es gibt so viel Lacher. Also, wirklich, es wird unfassbar viel gelacht bei dem Spiel. Das sieht so simpel aus und so aus dem Vakuum betrachtet und erklärt, klingt das vielleicht gar nicht so witzig. Aber glaubt es mir, das ist für einen Zehner oder sowas zu haben. Ich weiß halt gar nicht, ein solches Ding, guckt mal rein, nehmt es einfach mal mit, probiert das mal aus. Ein bisschen Kreativität ist vonnöten, aber dann habt ihr einen Heidenspaß mit dem Ding. Ja. Ehrlich. Also, ein solches Ding von Abacus, auf jeden Fall ein Renner. Wo wir gerade bei fortgeschrittener Stunde viel Flüssigkeitskonsum, Kreativität und so weiter sind. Bevor du es jetzt reinhältst, man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass wir hier nur denken, dass Silvester immer nur gesoffen wird, oder? Ist das nicht so? Also, uns kämen wir niemals in Sinn, dass es auch einfach eine nette Familienfeier sein könnte. Nein, nein. Obwohl, eine nette Familienfeier ist auch immer so eine Sache, wie man das definiert. Aber ich sag mal, also, die Spiele funktionieren auch ohne Alkohol. So, kleiner Einschieber. Und so, jetzt geht es weiter mit unserem Alkohol. Aber mit Alkohol ist es noch lustig. Auf jeden Fall. Ja, da habe ich mal, stellvertretend für viele Ausführungen, ein Storycubes mitgebracht. Storycubes, super einfaches Konzept. Ich habe neun Würfel. Ich hole sie mal raus. Würfeln sind immer gut. Neun Würfel. Die noch gut verpackt sind. Und habe verschiedene Symbole da drauf. Man kann es vielleicht erahnen. Ja komm, ich mache einfach mal eins. Und dann würfelt man alle Würfel. Jetzt muss ich die Geschichte dazu erzählen. Sondern fängt der Erste in der Runde an, nimmt sich einen da raus und fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Alles klar. Es war sechs Uhr morgens. Ich war noch total verschlafen und öffnete mein erstes Augenlid und sah dann folgendes. Ein Magnet, der auf einmal auf mich zugerast kam und dem ich ins Auge blicken musste. Oha. Ist aber kein Problem. Denn ich beherrsche die Terminator-Hand, sprich in die Hand und konnte den Magneten einfach knallhart abwehren. Und der Magnet bog dann rechts ab und flog direkt... Wohin? Ja, wohin flog er nur? Ich fragte mich ganz ernsthaft. In meinem Inneren, wohin er flog. Aber ich sah durch die Tür ein Fisch. Denn direkt dahinter steht nämlich mein großes Aquarium mit den Süßwasserfischen. Oh nein. Und das Problem ist, die waren echt sündhaft heuer. Und ich habe noch gestern erst einen neuen Fisch gekauft, der wirklich richtig mehrere hundert Euro kostet. Und ich musste was unternehmen. Ja, und das konnte nur eins sein. Ich nahm meinen Zauberstab und sagte, Hex, Hex! Fliege weg, kleiner Magnet. Großer Magnet. Mittel, großer Magnet. Fliege weg. Ja, dann flog er weg. Und er flog zu? Aus dem Fenster. Denn draußen hatte sich ein Regenbogen gebildet. Denn es hatte nachts geregnet und es regnete noch. Und die ersten Sonnenstrahlen kamen auch schon raus. Und dann kam ein Regenbogen. Und der Magnet wurde dann magisch angezogen von dem goldenen Topf am Ende des Regenbogens. Aber nicht nur der Magnet wurde angezogen, sondern auch ein Alien. Das lief nämlich auch den Regenbogen lang, weil es auch den Topf voll Gold finden wollte. Und bekam, patz, den Magnet auf den Dez. Ja, jetzt mach was drauf. Willkommen auf der Erde. Magst du einen Apfel? Aber wie schlecht. Boah, nee, komm. Also, spielverstanden, oder? Aber wir haben eine super Story erzählt. Ja, das finde ich auch. Also die Geschichte vom frühmorgenlichen fliegenden Magneten. Wo auch immer der herkam. Aber das ist bestimmt die Schwingungen von dem Raumschiff gewesen. Das ja über unser Haus passiert haben muss im Vorfeld. Und ja klar, dann ist natürlich der Magnet, den ich immer im Regal liegen habe, natürlich auch nicht zugeflogen. Ja, so ungefähr gewesen. Ich glaube, ihr merkt an unserem Spaß und an unserem Lachen, dass dieses Spiel sehr zur Erhaltung der Runde beitragen kann. Ich möchte übrigens sagen, wir haben noch nichts getrunken heute. Das ist wichtig, das sollte man wissen. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Du fängst dich schon an zu erklären, ja? Ich muss schon, ich war schon eigentlich rechtfertigen. Und wir sind dann immer fertig. Und ich bin mit dem Auto unterwegs. Ja, genau. Also, nein. Liebe Polizei, wir haben nichts getrunken. Jetzt können wir das sogar schon in unserem Gezockt aufnehmen, weil wir haben es gerade gezockt. Ja, du kanntest es, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ja, aber das war ziemlich leicht. Das konnte man, ohne dass ich das kannte, einfach spielen. Also, mir war schon ziemlich klar, wie das funktioniert, ohne dass, als du gesagt hast, man würfelt diese Würfe. Und da war mir schon klar mit den Begriffen, wie das gehen muss. Ja, Geilo. Fand ich sehr witzig. Gibt es in tausend verschiedenen Aushörungen. Ja. Jetzt muss ich natürlich was sagen, was ich... Achso, warte, wir haben noch gar nicht gesagt, von wem, ne? Das hast du noch nicht gesagt. Von... The Creativity Hub ist aber nicht der Verlag, oder? Wo hast du den gekauft? Im Flugzeug irgendwann mal. Oh mein Gott. Okay. Irgendwann wird es rausgeworden. Also, steht The Creativity Hub drauf. Ja, dann nehmen wir das mal so hin. Ja. Jetzt machen wir was, was ich Silvester natürlich noch nicht gespielt haben kann, oder gespielt habe, aber grundsätzlich, ich mir vorstellen kann, dass es einfach ein tolles Spiel ist. Und jetzt mache ich mal ein bisschen Captain Obvious hier an der Stelle. Denn Top Ten muss natürlich in diese Liste rein. Nicht, weil Top Ten draufsteht, wenn wir eine Top-Liste machen, sondern einfach, weil es wirklich ein knallhart gutes Spiel ist. Wo ein Begriff oder eine Sache vorgestellt wird, und jeder eine Zahl bekommt, und das dann darstellen muss, oder erklären muss, und das eben so heftig oder unheftig, sei ich, erklären muss, je nach Stärke seiner Zahl, oder Höhe seiner Zahl, die er anhand hat. Und derjenige, der Kapitän ist, das vorgelesen hat, muss sie dann in die richtige Reihen vollbringen, und erraten, wie gut, oder wie heftig der eine war. Ich bin der König der Welt! Ja, genau. Da kommen übrigens sehr skurrile Dinge bei raus, und da sollte man den Nachbarn manchmal vorwarnen lassen, wenn man Top Ten spielt, weil da könnte es lauter werden im Raum oder so, unter Umständen, oder Kletterpartien, oder Tische krabbelt, was weiß ich, es werden Heiratsanträge durch die Gegend geschmissen, Liebeserklärungen, oder andere Dinge. Also, von Mist bis Einhorn steht hier drauf, ja, das stimmt. Also, Top Ten haben wir auch schon oft hier in die Kamera gehalten, aber es durfte einfach hier nicht fehlen. Nee, das musste dabei sein, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also, ehrlich gesagt, also wir haben beide schon gespielt, das Normale und das Ab 18. Ehrlich gesagt muss ich sagen, mir reicht das Normale, ne, das Ab 18, ja, sind so ein paar würzigere Fragen drin, aber... Das ist ja jetzt schon wirklich, jetzt machen wir mal einen auf Mr. Vernünftig hier, denn wir haben die ganze Zeit vom Saufen und von irgendwelchen Eskalationen gesprochen. Nehmt doch einfach mal die Familienversion für den guten Familien-Sylvester an. Auch die kann eskalieren. Ja. Ja, ja, kann sie. Aber deshalb machen wir jetzt mal hier den Vernünftigen und sagen mal, nehm mal das. Eskalation. Ja, richtig. Ja, dann habe ich noch ein kleines Ding mitgebracht, was ich selber erst vor kurzem kennengelernt habe, aber super Partyspiel. Cover your assets. Und zwar, oder auf Deutsch, Big Deal, auf Deutsch bei... Lass mich nicht lügen, ich glaube Ravensburger erschienen. Ist auch leider out of print. Deswegen habe ich jetzt die englische Version, die ich mir im Ausland besorgt habe und die erstaunlicherweise gut ankam. Trotz sehr weitem Seeweg. Ökobilanz leider scheiße. Ja, Spiel für vier bis sechs Spieler, in denen man einfach versucht, das meiste Vermögen anzuhäufen. Das versuche ich auch im wahren Leben. Und dazu hat man verschiedene Karten mit verschiedenen Objekten wie Goldbarren oder Silber oder Häuser, also Immobilien oder die Briefmarkensammlung oder die Oldtimer-Sammlung oder Juwelen. Also, ne? Und, und, und. Ganz viele Statusobjekte quasi. Und das Spiel ist total simpel. Man hat einen Riesenstapel in der Mitte, einen Nachziehstapel. Jeder hat eine gewisse Anzahl an Karten auf der Hand und muss immer, wenn er dran ist, aus seiner Kartenhand zwei gleiche als Pärchen ablegen vor sich und die ausspielen. So, das erste Pärchen ist safe. Das kann keiner kauen. Ab da darf danach, wenn der Nächste nachher ist, jeder, der ein passendes Symbol hat, hingehen und sagen, ach, deine Gold-Sammlung, die möchte ich aber jetzt übernehmen. So, dann spielt er eine Karte da drauf, Gold, und könnte sich die nehmen. Dann kann der andere aber abwehren, indem er auch Gold schmeißt. Das geht hin und her, bis die Sammlung irgendwann wechselt. Und auf einmal sagt der Dritte in der Runde, ach ja, ihr habt euch jetzt schön gebettelt, ist aber mein Gold. Und der Vierte sagt, ne, 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 ist mein Gold. Da werden die einen sich streiten vor der Nächste. Super witzig. Ultra kurzweilig geht halt so lange, bis der Stapel quasi durch ist. Und am Ende hat einfach der gewonnen, der insgesamt am meisten Geld vor sich liegen hat an Status. Wie lange braucht man dafür? 10, 20 Minuten. Das steht drauf, offiziell. Das steht noch nicht mal in der Spielzeit offiziell drauf. Also, das dauert halt. Also, ich sag mal, in Vollbesetzung haben wir so ungefähr 10 Minuten gezockt. Ah, easy. Okay, also ein schnelles Flottenspiel. Sehr gut. Super geil. Und vor allem halt diese Take-That-Momente, ne, dieses... Muss man auch nehmen. Ne, die Leute haben sich gegenseitig irgendwie die Karten aus der Hand gezogen und dann sagt der Dritte so, ja, ich hab aber hier auch noch so ein Auto. Nice. Danke, meine Sammlung. So sieht es nämlich aus. Und je größer die Sammlung, desto mehr ist die auch wert. Ne, das heißt, wenn die Leute sich vorher gebettelt haben und dann 10 Karten irgendwie liegen und ich dann mit der 11. Karte so, ist aber meins, dann, ja. Ja, dann fährt man gleich alleine. Wie egal, ist auch Kies gefurrt. Ja, eins hab ich noch und das ist wirklich auch richtig geil. Da haben wir in letzter Zeit sehr viel Spaß gemacht, Spaß mitgehabt. War gar nicht Silvester, aber ist trotzdem einfach geil. Und zwar ist natürlich die Rede von ich hol's mal hier rein von Hitstar. Da haben wir sogar auf Meet & Play kurz ausgepackt, ungeplant. Meet & Play haben wir ungeplant ausgepackt. Da haben wir immer mal wieder nach dem Spielabend auch irgendwie als Absacker nochmal gespielt. Es funktioniert so ein bisschen wie Anno Domini. Man kriegt so eine, man macht das mit einer App, über Spotify und man muss halt, man zieht halt so Karten oder man hört Lieder, die muss man dann wie Anno Domini halt in so einen Zeitstrahl einordnen. Auch da kann ich die Begrenzung nach oben nur bedingt nachvollziehen, hier mit einem zwei bis zehn Spielern. Liegt aber wahrscheinlich an der kompetitiven Variante, dass du deswegen wahrscheinlich nur zehn Spieler hast, weil theoretisch kannst du halt auch mit einem vollen Haus spielen. Das Geilste an dem Spiel ist ja gar nicht, dass er einzuordnen in den Zeitstreit, sind wir nochmal ehrlich. Das ist ja, das ist geil. Aber dann kommt dann, fängt irgend so ein Musikschlag, das kenne ich, dann wird da rumgesungen, dann sitzen vier Leute da schön, dann läuft da Beinhardt und wir auch so Beinhardt, und dann, ich sag mal so, während die Nachbarn vor, wenn Hitster gespielt wird Silvester, oder ladet sie ein zum Mitsingen, denn man kennt eine ganze Menge Songs, auch wenn man das gar nicht so glaubt, dass man die Songs alle kennt. Ob man sie richtig einordnet, ist dann fast schon zweitrangig, Hauptsache man hat einfach mal ein paar Zeilen mitgesungen. Jetzt muss man aber dazu sagen, eigentlich nur überwiegend zu empfehlen mit der Spotify Premium Version. Ja, das schon. Aber ich glaube, es funktioniert auch mit dem anderen, aber wie gesagt, wenn man einfach auch dieses Anspielen der Songs, das ist doch einfach so geil, wenn du so ein, oder wir haben Heintje mit Mama, auf einmal läuft der Heintje und so, und jetzt sagt sich, aber alle, Mama, du sollst von dir deinen Jungen weinen. Und dann geht's los, Entschuldigung, also sorry, ich hoffe, ihr habt den Ton runtergerät. Ich hab die ganze Welt gesehen. Ja, das ist so geil. Und es ist ja wirklich richtig geil. Es wird irgendwie gesungen und immer mitgefeiert mit den Songs und das ist einfach geil. Ob man das dann richtig eingeordnet hat am Ende, ja, nice to have, aber, wie sag ich mal so, eigentlich geht's ja nur um die Musiker. Ist schon echt geil. Also Hitzer. Auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Ich fange schon wieder an zu singen. Ja, ist einfach eine Top-Empfehlung. Also das ist wirklich überraschend gut gewesen. Also, ich hatte das zwar so ein bisschen auf dem Schirm bei der Spielmesse, aber als wir es dann mitgenommen haben und dann hier auf den Tisch kam, das ist jedes Mal geil. Ja. Es ist zwar simpel, macht eigentlich noch nichts Besonderes, ist aber trotzdem mitreißend. Ist bei dir aber besser aufgehoben, weil du bist der Mann mit dem Premium-Account. Was wohl wahr. Na gut. Hitzer. Megageil. Muss auf jeden Fall auf den Tisch. Ja, das war's schon. Das war's schon. Durch, durch unsere Liste. Ich meine, irgendwann ist ja auch mal Schluss. Also, natürlich hätten wir noch ungefähr wahrscheinlich 10 bis 15 Spiele reinhalten können. Es gibt auch so viele geile andere Sachen. Das sind jetzt Sachen, die wir so haben, wo wir sagen, das müssen wir euch einfach ans Herz geben. Bei einem Kanal gibt's ja auch nächstes Silvester noch, hoffe ich. Ja, sicher. Und dann können wir ja mal sagen, bei was wir unter dem Tisch lagen, bei was nicht. Könnt ihr auch mal schreiben, was zockt ihr in Silvester? Gibt's ja irgendwas Besonderes oder so? Was ihr immer zockt? Gibt's vielleicht eine Tradition oder so, wo ihr sagt, boah, das muss her? Oder ist die Tradition, möglichst schnell einen hinter die Binde zu kippen und hoffentlich noch Mitternacht zu erleben? Okay, lassen wir das. Du hast die Tradition, dir möglichst schnell einen hinter die Binde zu kippen und dann noch Mitternacht zu erleben? Da solltest du dann nicht lieber langsamer trinken? Ja, das ist richtig. Ich bin ja, ich mach das nicht. Ich erlebe Mitternacht immer. Also bisher zumindest. Wie ist das bei euch mit der Tradition und Dinner for One gucken? Und vor allem, wenn ihr Dinner for One guckt, macht ihr Dinner for One mit trinken oder nicht? Nee. Also Dinner for One gucke ich mir eigentlich mal ganz gerne noch an, tatsächlich. Aber mit trinken tue ich da tatsächlich nicht. Man spricht eher mit. Und man macht natürlich, man steht natürlich auch für Admiral von Snyder. Skoll! Es gibt ja auch, das hätten wir jetzt auch noch nehmen können, das habe ich auch noch hier stehen, von Ravensburg. Das ist vielleicht so eine kleine Honorary Mention hier, die dieses Dinner for One und so nachspielen kann. Ja, stimmt. Das kann man dann nachspielen. Das ist auch ganz nett. Braucht man ein bisschen Platz für, weil dann muss man so um den... Warte, warte, warte. Ich stehe mal kurz auf, das ist halt eine Premiere, ich stehe im Video auf. Das ist keine Premiere, hast du schon mal gemacht. Du bist aber fast verreckt. Der Jogi steht kurz auf und räumt einmal das Regal ab. Das ist so, das ist ja wie diese Spontanität, die wir an den Tag legen. Aber genau, ich habe es nämlich auch hier. Der Verwandte von Ravensburg. Warte, warte, ich muss kurz was zeigen. In die Staubschule. Scheiße, dass der Deckel verkehrt. Ach ja, komm, irgendwas ist ja immer. Also das ist auf jeden Fall das Spiel, da kann man das wirklich, also das ist wirklich auch noch geil, da kann man das wirklich nachspielen hier und da kriegt auch jeder wirklich so ein Set vor sich. Der Löwenteppich wird dann ausgelegt, das ist dann der Löwen, dieser Tigerkopf, der Löw ist auch schon. Wird der dann auf den Boden gelegt? Ja, es gibt ja auch so, ne, so kleine, kleine Pinnchen. Ich habe es leider noch nie gezockt. Die Weine, das können wir mal machen. Also, also man braucht ein bisschen Platz, aber man muss um den Tisch laufen natürlich auch und so. Trinkt man denn Alkohol dabei? Das, wie, ist das jetzt eine Frage? Ich weiß ja nicht, wie es vom Spiel her vorgesehen ist. Ja, Moment mal, also das Spiel sagt ab 10, Rate. Schnapspralinen? Aber, also nur als reine Erwachsenenrunde würde ich sagen, mal gucken, wer den Admiral von Snyder am Ende des Abends auch am besten hinkriegt. Ich vermisse Pomeroy auch. Ja, Mr. Pomeroy. Mal gucken, wer aus der Blumenvase trinkt am Ende, sagen wir es mal so. Gucken wir mal. Na gut, also das nochmal so als Honorable Mention vielleicht so jetzt ganz spontan mal ins Bild geholt. Wo schon mal, wo schon mal, so ist das halt. Ja, jetzt haben wir aber genug gefaselt. Feiert schön, kommt gut rüber ins neue Jahr. Habt eine schöne Silvesterparty mit was auch immer ihr. Schreibt uns drunter, welche Spiele ihr gerne Silvester spielt. Genau, das haben wir eben schon. Hast du schon gesagt? Macht nicht, aber genau, tut das bitte. Ich habe ja gefragt, was es für Traditionen gibt. Haben wir irgendwas vergessen, was wir jetzt unbedingt noch reinhalten müssen, dann lasst uns das wissen. Lass ein Abo und einen Daumen da. Sowieso. Gerne. Und bleibt uns auch in 2023 gewogen. Freuen wir uns drüber, wenn ihr wieder mit uns dabei seid und so Videos guckt und euch hoffentlich das gefällt, was wir hier so hinfabrizieren. Und im lichteren Zustand. Das musste jetzt nochmal erwähnt werden. Ja, allerdings. Ich gebe jetzt einen hinter die Binde. Alles klar, Prost. Ciao. 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 Ciao.